Naja, hätte es ja sein können, oder? hätte es ja definitiv sein können. Oho. Oho. Ja, nehm ich gern. Nehm ich definitiv gern. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist definitiv nicht schlecht. So, was verlangst du jetzt wieder nachts? Aha, mal wieder den Havara. Na dann. Einmal. Da, zweimal und tschüss. Doch, was? Ähm. Ja. Ah, da hinten noch. Denk mir grad so, oder was? Ihr seht schon wieder von mir. War mir eh schon so brav. Na schau mal jetzt. Aber jetzt. Ja, da kommt man wieder auf der fette Bahn zustande. Mhm. Der macht ja schon wieder einen Anteiterer. Das ist aber nicht die zweite Mission, das ist die dritte Mission, glaube ich. Wo er da wieder so einen Anteiterer macht. Kuhn, komm. Und wo ist ich dir? Oh. Pfff. Oh, mal wieder die Fähigkeit da. Der ist so easy mit der Fähigkeit zum erledigen. Das ist, das ist kein Gegner mehr für mich. Weil du haltest einfach noch ein bisschen Abstand. Du hast den Scheßdruck da herumschießt und das war's schon wieder. Dritte, gell? Ah. Steppen, was ist denn das bitte wieder für ein Bosskampf? Ich will's jedes Mal probieren. Ich will's jedes Mal aufs Neue, will ich's probieren. Ihr weiß, dass ich scheitern werde. Ich weiß es ja eh. Ich hab mir jetzt sogar schon ein Video angeschaut gehabt. Unendlich, Trubo. Der Fork. Was ist jetzt los? Weil er nachts unterwegs ist, kann das sein? Kann das sein, dass er nachts unterwegs ist, dass er quasi unendlich hat? Der Fork.